Mein Name ist Julia Breu, ich arbeite als Trainee in der UMCG. UMCG steht für Uni Credit Management Consultancy Germany. Die UMCG ist die interne Unternehmensberatung der Hypo Vereinsbank. Mein Trainee-Programm geht zwölf Monate. Innerhalb der zwölf Monate durchlaufe ich drei Projekte und habe dadurch die Möglichkeit, den Berateralltag sehr gut kennenzulernen und die Hypo Vereinsbank, also die Strukturen und die Prozesse, auch mir ein sehr gutes Bild davon zu machen. Das Tolle an dem Job ist, dass wir wirklich als Trainees schon sehr viel Verantwortung übertragen bekommen, wirklich von Anfang an und sehr umfangreich in die Projektarbeit mit eingebunden werden. Als Trainee sollte man eine ganze Reihe an Eigenschaften mitbringen. Angefangen von Flexibilität ist natürlich Kreativität sehr wichtig, auch die Freude daran, intensiv im Team zu arbeiten und Spaß daran zu haben, sich mit finanzwirtschaftlichen Themenfeldern intensiv auseinanderzusetzen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man eine ständige Lern- und Leistungsbereitschaft mitbringt. Aktuell arbeite ich gerade auf einem Projekt am Tucherpark. Ist natürlich sehr schön, weil der Tucherpark direkt an den Englischen Garten angebunden ist und lädt natürlich auch in der Freizeit ein, schöne Spaziergänge oder Sport- und Freizeitaktivitäten wahrzunehmen. Für mich passt im Trainee-Programm wirklich alles zusammen, weil wir einerseits ein sehr junges, dynamisches Team sind, weil ich an spannenden Aufgabenstellungen arbeite und sehr gute Aussichten für die Zukunft habe.